Guten Tag, Freunde. Wir beginnen den 16. Urok, Top-Niemetzke-Frasen, уровne A1. Unsere Thema ist heute... Allgemeine Informationen über das Wohnen In Deutschland gibt es ca. 40 Millionen Privathaushalte. Rund 43% der Bürger besitzen Wohneigentum. Viele Menschen haben ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung. Etwa 57% wohnen zur Miete, sind Mieter. Die teuerste Stadt ist München. In München zahlt, bezahlt, man hohe Mieten. Hier kostet ein Quadratmeter 15,44 Euro Miete. Die meisten Haushalte bestehen aus zwei Personen. Viele junge Leute wohnen in Wohngemeinschaften.